Grüß euch, ich bin der Johannes und das ist mein Werkzeug. Als Elektrotechniker bin ich beim Aufbau und in Betriebnahme von elektrischen Anlagen dabei. Wir installieren zum Beispiel die Elektrik für Neubauten, elektrische Anlagen, Heizungen und Alarmanlagen. Auch moderne Technologien wie Smart Homes und Photovoltaikanlagen gehören zu unserem Alltag dazu. Bei Installationen achtet darauf, dass die Sicherheitsvorschriften eingehalten werden und kümmern wir uns später um die Erwartung und Instandhaltung der Anleihen. Wenn es irgendwo Störungen gibt, suche die Ursache und behebe es. Mir taugt auch mein Beruf als Elektrotechniker, dass wir das Licht ins Haus bringen und dass jede Bauste und jeder Auftrag anders ist und dass wir im Team so super zusammenhalten. Wenn du für die Arbeiten als Elektrotechniker interessierst und handwerklich geschickt bist, bist du bei uns in der Haustechnik genau richtig. Komm schnuppern, wir freuen uns auf dich! An баб ihrer J Fame Duat Lassen 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 Be fringe Lassen Lassen Lassen